Heute gucken wir uns mal ein paar CSS-Features an, die eventuell kommen könnten. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS und hier um sogenannte Drafts. Was heißt, wir gucken uns mal den W3C-Standard an, was eventuell in Zukunft da kommen könnte. Also es ist noch nichts, was in diesem Video kommt, ist wirklich eine Quelle, das ihr in einem Projekt verwenden solltet. Es ist mehr so ein Vorgeschmack, eine kleine Preview auf das, was irgendwo in weiter Ferne eventuell mal Standard sein könnte. Also alles mit Vorsicht genießen. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen, Probleme habt oder selbst ein cooles Feature habt, was ihr vorstellen oder wo ihr euch mit anderen austauschen wollt, wenn ihr das mal besprechen wollt, ganz oben in der Videobeschreibung ist ein Link zu Discord. Joint der Community, tauscht euch mit anderen aus oder stellt oder beantwortet Fragen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los und schauen mal, was CSS so bietet. Auf geht's! So und los geht's mit diesem kleinen Info-Video. Und zwar gibt es erstmal eine kleine Info, woher ich eigentlich diese ganzen, ja, coolen neuen Features kenne und wie ich selbst aktuell bleibe, weil das ist so ein Punkt, der immer wieder in den Kommentaren aufgetaucht und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal mit beantworten. Und zwar von dieser Seite, ja. Das ist w3.org, sieht man auch hier oben, w3c. Das ist quasi einfach das Standardisierungscenter des Internets und der Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr hier ein bisschen runterscrollt, seht ihr eine ellenlange Liste von allen möglichen neuen CSS-Features, die es gibt. Von hier unten FPWD. Das heißt First Published Work Draft. Und das ist quasi etwas, was noch überhaupt nicht umgesetzt ist, wenn man hier mal draufklickt. Dann kriegt man hier zum Beispiel einen CSS-Layout API Level 1. Das wurde 2018 gepublished. Hier sieht man auch von einem Microsoft, drei Google, noch einen von Microsoft. Das heißt, das ist auch Standard, dass die meisten Editoren und Publisher hier meistens zu den Engine Teams gehören von den jeweiligen Browsern. Also da sind ganz viele Leute von Google, die auch wirklich an der Chromium Engine mitarbeiten, genauso wie von Microsoft und so weiter. Und hier wird das dann alles vorgestellt. Das ist einfach ein wissenschaftliches Paper, ganz normal, wie man das kennt. Und hier kann man das dann durchlesen und die sind ziemlich lang teilweise. Also wenn man hier scrollt, da sind die Menge Infos drin. Und das ist meistens so aufgebaut, dass man oder das in dem First Published Working Draft wird beschrieben, wie etwas ablaufen könnte und wie es in Zukunft dann wirklich umgesetzt wird, ist ganz offen. Und je weiter dieser ganze Prozess vorgeht, umso weiter, umso besser wird das Ganze definiert, umso besser wird das. Und irgendwann kann man es dann auch wirklich mal im Browser testen. Und das werden wir uns heute teilweise angucken. Was heißt, wir sehen uns gleich mal ein paar Features an, die schon einen etwas höheren Stand haben, zum Beispiel eine Recommendation sind oder wirklich ein Working Draft. Also das ist schon funktioniert, aber es ist immer noch ein Wurf. Es kann jederzeit komplett abgelehnt werden, aber es passiert sehr selten, dass ein Working Draft oder ein Feature, was es zum Working Draft geschafft hat, einfach abgelehnt wird. Das ist wirklich, wirklich selten. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wenn ihr aktuell bleiben wollt und viel mit CSS macht, dann schaut ihr ab und zu mal vorbei. So oft passiert hier nichts Neues. Also so ein wissenschaftliches Paper kommt hier nicht jeden Tag rein, sondern wenn ich hier einmal im Monat reingucke, dann reicht das mehr als aus. Und dann haben wir gelesen, was es so interessantes Neues gibt. So, und es geht mit unserer ersten Verbesserung von CSS und zwar um sogenannte Logical Properties and Values. Was genau meine ich damit? Es sind nämlich im CSS aktuell jede Menge physikalische Größen und Richtungen gegeben, sowas wie Left, Right, Bottom, Top und so weiter. Ihr wisst ja, was alles damit gemeint ist. Diese Punkte sind für viele Verwendungszwecke absolut praktisch, zum Beispiel die Position, also die absolute Positionierung von Elementen auf dem Screen. Für andere nicht so richtig. Aber was genau meine ich damit? Das Problem ist, dass zum Beispiel ein Begriff, den wir alle wahrscheinlich schon mal verwendet haben hier unten, nämlich TextAlign, nicht so richtig gut funktioniert mit Left und Right. Es funktioniert für uns wunderbar, aber nicht für Leute mit einer anderen Sprache. Und das liegt daran, dass dort Left und Right ganz anders interpretiert wird, beziehungsweise, dass das einfach nicht sinnvoll interpretiert wird. Und zwar basieren diese neuen logischen Properties auf dem Writing Mode. Dieser Writing Mode ist nämlich genau die Definition, ob wir Text von links nach rechts interpretieren, von rechts nach links oder von oben nach unten oder wie auch immer man das festlegt, gibt es ganz viele verschiedene. Und demnach richtet sich Text aus und das Ganze soll jetzt einfach ein bisschen sinnvoller werden. So, jetzt gucken wir uns mal kurz ein kleines Beispiel an. Dann wird das, denke ich, auch viel klarer, warum das einfach eine praktische Verbesserung ist. Und zwar, wenn ich hier TextAlign verwende, also TextAlign und hier schreibe ich jetzt Right, was heißt, ich möchte, dass der Text rechtsbündig ist, dann rutscht der hier rüber und ist rechtsbündig, weil wir von links nach rechts lesen, ist das für uns absolut sinnvoll, das macht Sinn. Wenn jetzt aber der Writing Mode für unser Dokument anders ist, nämlich zum Beispiel Vertical Right to Left, das ist nämlich, ich glaube, der japanische Stil, dann schreibt man quasi von hier oben, hier beginnt der Text und man endet aber hier unten bündig, weil hier im Text Left, also Text Line Right steht. Und das macht nicht so richtig viel Sinn, weil auch für einen Japaner ist quasi hier an der Seite, das ist rechts. Und dann wundert man sich halt, warum der Text jetzt so komisch in der Mitte steht und alles und das ist nicht so gut. Wenn ich hier jetzt aber die neuen Befehle verwende, zum Beispiel End, dann verändert sich das nicht, weil Right und End im Prinzip denselben Effekt haben, aber einfach sinnvoller sind, weil für einen Japaner, der hier oben den Satz beginnt zu lesen, ist das hier unten das Ende und das ist das Ende dieser Zeile und so weiter. Es macht einfach Sinn. Dasselbe ist, wenn ich hier Start reinschreibe, dann positioniert sich das alles beim Beginn der Zeile und das ist egal, ob ich jetzt hier von Right to Left oder Left to Right habe, also selbst wenn ich das jetzt umdrehe, ist das immer noch hier oben der Startpunkt der Zeile. Das ist für jeden, dasselbe. Und auch für uns, wenn ich jetzt hier in Klammern Horizontal reinschreibe, dann ist das hier der Start der Zeile. Das macht Sinn, dass Text allein sich jetzt am Start ausrichtet. Oder wenn ich hier End reinschreibe, rutscht es jetzt rüber und es ist das Ende der Zeile, was quasi zur Fixierung des Textes nötig ist. Und das ist einfach eine logische Verbesserung der aktuellen Funktionalität, weswegen es auch auf große Zustimmung in der Community gestoßen ist, weil es einfach internationaler ist, offener und einfach logischer als das, was wir bis vorher kannten. So, los geht's mit dem zweiten Feature dieses Videos. Und zwar geht es jetzt um das sogenannte IstPseudoClassElement. Das ist ein Selektor bzw. eine Hilfe, dass man Selektoren einfacher schreibt, wie man das hier unten auch sehen kann. Das werden wir uns jetzt gleich aber ein bisschen genauer angucken. Wichtig ist, auch hier handelt es sich um ein Working Draft. Das heißt, nutzt es noch nicht jetzt in der Mega-Production-Umgebung und es ist auch noch nicht so hundertprozentig unterstützt, wie man hier sehen kann. Also, es ist mit Vorsicht zu genießen, aber ganz praktisch und für den einen von anderen von euch vielleicht auch gar nicht so interessant, wie ihr vielleicht denkt, weil das Ganze kann SAS und der ist nämlich gar nicht so viel schlechter bzw. vielleicht sogar ein Tick besser. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier eine kleine Demo an. Ich habe hier drei Diff-Container mit jeweils Test A, Test B oder Test C-Klasse, wo dann jeweils wieder ein Paragraf drin liegt. Wenn ich jetzt in CSS bin und zum Beispiel sage, ich möchte jetzt die Klasse Test A hier den Paragrafen ansteuern und zum Beispiel sagen, Color Red, speichere das Ganze ab, aktualisiere, dann wird hier der Text rot, wie man sieht, hat funktioniert. Wenn ich jetzt die anderen Klassen auch noch rot färben möchte, dann muss ich hier diese Zeile uns zweimal kopieren und hier sagen, okay, auch in der Klasse Test B und in der Klasse Test C möchten wir das Ganze rot färben. Hier hinter muss ich das Komma löschen, speichere das Ganze ab und jetzt sind alle drei rot. Das funktioniert also wunderbar. Das Problem ist, wenn ich jetzt hingehe und das so angucke, ist es immer noch nicht so richtig gut laserlich. Und hier kommt das neue Attribut ins Spiel und zwar kann ich hier einfach sagen, ist und hier sage ich jetzt Test A, Punkt Test B, Punkt Test C. Und hier hinter sage ich einfach nur das P-Element und wenn ich hier sage Color Red und das hier unten rauslösche, einmal kurz, zack, speicher, neu lade, bleibt immer noch alles red. Wenn ich jetzt hier Green rein schreibe, dann wird das alles zu grün, zack, funktioniert. Das heißt, es ist einfach eine schönere, neuere Methode in CSS Selektoren zu schreiben oder Verschachtlungen, aber ich habe ja gesagt, SAS und LES sind vielleicht gar nicht so viel schlechter da drin, wenn wir uns das hier jetzt mal kopieren und ich hier in unserer Entwicklungsumgebung einfach mal die Main SAS öffne und wir jetzt hier sagen, okay, in dem CSS Bereich löschen wir das raus, speichern einmal ab, ist wieder weiß. Wir gehen jetzt in unseren SAS Bereich und ich kopiere mir das hier mal rein. Einmal wird es sowieso, wenn ich das jetzt abspeichere, nichts passieren, weil es einen Error gibt. Aber wie gesagt, SAS und LES können das meiner Meinung nach sogar ein Stück besser, weil ich kann hier einfach hingehen und sagen, Test A, Test B, Test C, also wir können das Ganze rauskopieren, genau so und einfach hier drunter schreiben, in der nächsten Zeile P und hier color red und speichern das Ganze ab. Wie gesagt, wird failen, weil es invalider SAS Code ist, jetzt sollte es aber funktionieren, zack, ist es rot und es funktioniert. Was heißt, LES und SAS können diese Verschachtelung, also dieses Nesting quasi, jetzt schon besser als CSS, was ich persönlich okay finde, wenn man daran gebunden ist, CSS zu nutzen. Wenn ihr die Möglichkeit gehabt habt, SAS oder LES oder STYLIS oder sowas zu verwenden, nutzt das. Dieses Feature meiner Meinung nach bringt jetzt in reinem CSS eine Menge, wenn man SAS nutzt, nichts beziehungsweise sehr wenig. So, das nächste gucken wir uns jetzt mal nur theoretisch an, also dafür gibt es keine Code-Beispiele und zwar geht es hier um CSS-Containment. Das Ganze ist nämlich einfach nur eine Performance-Verbesserung, steht auch hier oben, die den Browser erklärt, wie er eine Webseite interpretieren soll. Was heißt, in den heutigen Webseiten ist es ja häufig so, dass man gekapselte Elemente hat. Ihr habt einen Head-Bereich, ihr habt beispielsweise Artikel, die eingeblendet werden und der Browser kann das nicht so richtig nachvollziehen, was jetzt genau ein wechselnder Bereich ist oder was einfach immer für sich bestehend bleibt, ohne sich groß zu verändern. Beispielsweise erzeugt ein neues Element, dann interpretiert der Browser das so, als wenn er die ganze Seite neu rendern muss, obwohl ihr nur ein Element neu hinzugefügt habt. Und das Ganze soll man in Zukunft mit Containment ein bisschen oder Contain ein bisschen steuern können, um zu sagen, okay, ich habe hier ein Element, wenn ich da drin etwas mache, dann ist das in sich selbst zusammengefasst. Zum Beispiel habe ich in einem Artikel eine Kommentarsektion. Wenn ich einen neuen Kommentar hinzuschreibe als Nutzer, dann musst du als Browser nicht quasi alle Seitenleisten, alles aktualisieren, weil dort wird sich nichts verändern. Also man sagt dem Browser einfach nur, nett, hey, da musst du nichts machen. Es passiert, wenn nur in diesem Contain-Element etwas. Und das ist quasi auch hier unten nochmal ganz nett erklärt. Und zwar, therefore, this property gives you a nice way to explain to the browser this fact and allow it to make performance optimization based on that knowledge. Das heißt, wirklich sehen werdet ihr damit relativ wenig, sondern es geht wirklich darum, dafür zu sorgen, den Browser mitzuteilen, okay, das hier ist ein inhaltlich zusammenhängendes Bereich-Objekt quasi, was du auch neu rendern musst, wenn sich da drin irgendwas verändert. Der ganze Rest verändert sich aber nicht, wenn da drin sich irgendwas ändert. Deswegen kannst du den ganzen Rest quasi dann in Ruhe lassen. Und das ist ziemlich cool. Ich finde das eine ziemlich praktische Entwicklung. Und vor allem, wenn man in die ganze Geschichte reingeht mit React, Angular, View und so weiter, wo man komponentenbasiert arbeitet, ist dieses Containment eine vielleicht wirklich sinnvolle Performance-Verbesserung, wenn Browser nicht permanent die ganze Seite neu rendern müssen, nur weil irgendwo ein Element neu aufgetaucht ist. Abschließend geht es um das wohl coolste Feature, wozu ich auch noch ein dediziertes Video machen werde in der Zukunft. Freut euch drauf. Aber worum geht es hier genau? Und zwar geht es um Motion, um das Motion Path Module. Es ist ein Working Draft seit Dezember 2018. Es funktioniert mittlerweile auch schon in einigen Browsern. Was heißt, das Attribut, um was es geht, ist das Offset Path Element. Und hier seht ihr auch, einige Sachen sind schon grün, aber es ist noch weit davon entfernt, wirklich nutzbar zu sein. Also mit Vorsicht genießen, wie auch alles in diesem Video. Worum geht es grundsätzlich? Ich habe ein Flugzeug und dieses Flugzeug kann ich anhand einer Linie bewegen. Und dieser Path kann ich definieren und ich kann das nicht nur bewegen, sondern daran positionieren oder halt animieren. Und wir werden uns jetzt mal ein kleines Beispiel angucken. Und zwar haben wir hier zwei Div-Boxen. Das ist hier auch in dem Paper. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Hier habe ich eine Item-Class, wo ich einen Offset Path definiere. Also ich habe hier einen Path, der geht 200 hier rüber und dann 150 runter. Das ist quasi, was hier drin steht. Und die Position des Offset Paths ist standardmäßig einfach 0,0. Und die einzelnen Elemente hier haben eine Offset Distance von minus 2.280 und hier unten von 190%. Das heißt, die rote und die grüne Box positionieren sich anhand dieses Pfades. Und wir gucken uns das jetzt mal an, wie wir das für eine Animation nutzen können. Und zwar habe ich das hier ein bisschen abgewandelt. Ich habe hier dasselbe, dieselbe Ausgangslage. Auch hier ist quasi das Gleiche. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Box 1, eine Animation zu geben, und zwar mit Offset Distance. Und ihr seht hier, dass die rote Box anhand dieses Pfades, das wir hier oben definieren, sich bewegt. Wenn ich jetzt hier beispielsweise einfach nur ein Pfad von 50 angebe, dann seht ihr, dass hier diese Strecke hier unten deutlich weniger ist. Und das Wichtige ist, dieser Pfad animiert nicht nur in Klammern Plain unser Element, sondern das animiert auch wirklich dieses Item. Das heißt, unser Item bewegt sich und funktioniert auch wunderbar. Und wie gesagt, damit kann man ziemlich coolen Stuff machen. Und was genau wir damit machen werden, seht ihr in einem nächsten Video. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch oder ein Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, wie immer, ganz oben in der Videobeschreibung ist der Link zu Discord oder anderen Social Netzwerken. Oder unterstützt diesen Kanal mit einem Affiliate-Link, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder.